ich glaube ich war voll unpredictable weil er halt kurz auf dich gegangen ist und sich zu mir gedreht hatte das habe ich nicht kommen sehen deswegen lohnt es für mich eigentlich kein leben zu holen weil ich sterbe eher nur durch sachen die mich sofort killt ach ich komme mal mit ich helfe kretak jetzt habt ihr sowieso geschissen ich werde erst nur aktiv wenn ich merke dass ihr wirklich probleme so lange spiel ich ja durchgehend passiv weil ich merke dass egal was eigentlich auf euch zukommt ihr tötet das eh braucht er dann nicht noch mehr unterstützung von der dritten person manchmal ist das nicht ganz verkehrt ja gut aber er kriegt ja durch also ich sehe euch so selten tut sie euch eher nur durchgehend am killen ich gehe jetzt mal mit spino spielen hier naja macht ja auch immer stress und mich hätte jetzt lang genug gereist so habe ich dich mal gerecht du hast es so verdient du hast es so verdient ich habe es so prediktet wenn ich sterbe dann hole ich dich mit du scheiße so dann hole ich dich mit da kannst du aber siegen so 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 ja stop meine oberpower teil so so ah jetzt ist er okay alles klar ich stehe nicht drauf wenn er sich anschleicht ich stehe nicht auf ich stehe nicht drauf mir und dann sind immer vorne weil ich mal sieht doch dass du eigentlich immer da hinten bist man sieht es doch eigentlich immer ich bin schnell tot ist tot ok das ist bestimmt er der raptor kreifte man der westerung erwarten bis bei mir allein lassen also easy kill kann man mich kann man alleine lassen ich kann mich alleine lassen vor allen dingen stehe ich gerade an der unruhen position ja schon gesehen schon gesehen weil wer will einen killen der direkt am abgrund steht ja tödling weißt du an der kiste oder was ja du bist fällig ja gebe so spät ja spino steht wieder spino steht wieder zum abschluss bereit ich hole gleich dicke bummer da Da, Arschloch. Ich hab jetzt gedingst. Jetzt werden sie alle nubig hier. Spino, Rex und Co. Ich versuch hier jetzt mal zu letzen! Vorsicht, Mero! Lauf! Springen! Mach doch immer was! Mach doch immer was! Komm hier, Fettsack, stirb! Ah, da ist mein Dynamit drin! Da ist mein Dynamit drin! Was du brauchst? Oh, in mein Messer drin! Er war genetzt! Das war meine Absicht! Ah! Achso. Trick 17. Für den Kader. So, mach mal links und rechts dann damit! Ah! Ah, der ja! Ah! Ah, Munzu! Ah! Wer mit uns Stress anfängt, der überlebt die lange. Ah! 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 Falkling. Falkling ist gegangen. Ah, zu viel für ihn. Jetzt werde ich aktiv, jetzt werde ich richtig nett. Die Sorgen werden immer weniger. Die Admins sind halt gut. Mit denen ist halt nicht Crash Day zu spät. Oh, die haben das Maul zu fett, Sack. Da gehen wir mal so Medikits hin und schmeißen. Ja, lässt sich vielleicht ein paar Sekunden länger überleben, aber... Oh, mein Däner mit hat gewirkt! Oh, wer kommt denn jetzt gegrüert? Was wird denn jetzt gegrüert hier? Player! Hatnäckiges Gehörchen! Jo, ich auch! Als mich Mohina sich wegzumachen, ne? Huch, Gott, ich bin ins Wasser geglitscht. Ja, mit was will er jetzt kommen? Jetzt ist die Frage. Kretak, wie ein Minen aus? Ah, nö. Mit Helikids. Ah. Ich bin in der Kommandung. Ekko hier ist, äh, der Minenleger. Wo ist das scheiß Kryofie? Ach, da. Nein. Aha, ich gestehe. Ich gestehe. Ich hab's gemacht. Ja. Jawohl! Schön in die Mine gelaufen. Schön in meine hat's gelaufen! menschenteam ist gerade heftig ja so ein team ist ein dream team weißt du das so art zusammenarbeiten tut deswegen brauche ich schon nichts zu tun jetzt kriegen die dinos mal wieder auf frech ich bin der wilde admin bin im element weißt du früher reingerannt besser du bist ich früher du kommt gleich wieder ich verfolge ich reiß meins leben zumindest das einzige ist was ich wir haben es nicht nötig und zu verstecken die rolle frei rum ich brauche es ist ja noch so dritt da kommt gleich ein raptor hoch pass auf das ist ja pass auf wir taunten jetzt oben alles ist im menschen zu ja passiert da haben wir gerne mal so taunt und wir haben alle hohe ja das ist das rage mode hier an vor allem die players in unserem team der noob ich beschütze meinen dinos hinter mir das ist ein haustier hm schieße wie schön respekt vor mir an so sehr ich gar nicht trauen ja so ein killertrapper im 37 gekillt und 7 tonne ich komm mal mit hoch jetzt hat er angst mein armes haustier habt ihr weggegeben das ist ein tuch ey 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 also alle messer messerparty messerparty oh mir ist es passiert ich habe die beste sicht auf meine waffe die red raven sie kommen sie wenig mit da schon werden sie aktiv da auch nicht kleinen peter die furchtbaren weißt du die furchtbaren die furchtbaren die furchtbaren 3 weißt du dabei ist der dritte nicht mal die die ähm jetzt kommen die alle hier hoch was wollt ihr hier hier ist ich habe meinen ort kaputt gefallen was kann ich dafür eh ich habe auch einen interessanten bug ausgelöst mein messer und betäubt das gewehr sind fusioniert alles passiert auch einfach im spiel ist das vielleicht nervig also wenn du da wirklich deathmatch spielst das ist ein extra Zielvisier das ist doch noch schön neuer zwei Schönen wie gehts euch ein neuer vorsicht flugsabreaktacke jetzt hätte ich gerne die sniper aber ich treffe mit denen gut ach der hat es erledigt Hubert macht das schon. Papa? Er hat ihn abgeschossen. Oh, das Haustier hier. Ah, rein, Greta. Nicht die beginn ich, dass die wir... Ich mach wohl was gegen Flugsaurier, Crabben. Stimmt ja. Pyro. Hilf gegen Pounce und Crabben. Brenne! Das ist Flugzeit. Okay. Wirklich... Mio ist er hinten? No. Kommt er schon wieder? Vielleicht hab ich nicht was grad gesehen. Ich würde hier gestorben. Ich würde hier gestorben. Mio. Der fliegt in meine Kettensäge rein! Ja! Was ist das für ein Vollidiot? Fliegt in meine Kettensäge. Ich so, wenn du mich jetzt tupst, dann werde ich dich jetzt... in Brandsticky. Getroffen? Ja, voll zünd ihn an. Ich hab mich grad einmal getroffen. Okay. Cool das auch. So. Wer Pech haben, gehen wir gleich alle drauf. Ron? Ich steh schon mal bereit. Ich bin ein fetter Pyro, griebt uns auf 3. Totgemacht. Da kommt er schon wieder ab. Du hast ein anderer... Da ist er. Arme Arsch, das ist er! Gut. So. Oh! Oh! Ich hab ihn umgebracht. Gehen jetzt alle nach unten? Ja, war klar. Da brennt's, da gibt's nix mit Tram. Und wieder tut. Ja, weil ich ihn noch einmal anschieße. Wow! Oh Gott! Spill doch hier! Pastet aus. Okay, Abschlussliste. Nee, du frisst dich. Nicht solange ich noch Feuer habe. Jawoll. Arche für alle. Geschieht recht. So. Ich geh jetzt oben runter, geh in die Flugzeile, machen was sie wollen. Ja, treffer. Ja, voll. Legt dich nicht mit Zoran an. So. Erstmal aufladen. Erstmal schädlich aufladen. Bei der Commander bin ich echt nicht gut. Da bin ich grottenschlecht eigentlich. Danke. 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 Danke.